Willkommen zu einer weiteren Folge Kornokopia. Ich habe hier eine Quest. Ich mache die mal weg. Erreiche Level 10 in den alten Minen. Ob wir mal in die alten Minen gehen? Ob ich die alten Minen überhaupt finde? Das ist ja... Cheap Cheap. Cheap Cheap kommt mit. Hat Cheap Cheap eigentlich Hunger? Hm. Cheap Cheap. Ja, Cheap Cheap hat immer Hunger. Ich würde mal sagen, ab in die alten Minen. Ja, ich habe das hier mit. Wo sind denn die? Das wird hier irgendwo oben sein, denke ich mal. Oder da? Torbrücke. Baumhaus. Gewächshaus. Hm. Wo sind denn hier alte Minen? Alte Minen. Wo seid ihr? Kann man hier noch blättern? Nee. Also hier bin ich. Das ist klar. Das ist eine Torbrücke. Hm. Vielleicht zur Torbrücke erstmal. Aber wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich hier, hier und dann da. Strandhöhle. Hier gibt es eine Strandhöhle. Aber das ist ja keine Mine. Oder ist das doch eine Mine? Wir gehen einfach mal hin. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin. Und wisst ihr wieder, was das Tolle ist bei dem Spiel? Ich fang genau da an, wo ich gespeichert habe. Ich muss den nicht den Tag beenden. Ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Ich finde das so prima. Äh, das sollte... Oh. Das sollte jedes Spiel diese Art haben. Äh. Äh. Okay. Machen wir es einfach kaputt. So. Wo komme ich denn hier mal runter? Hm. Ich glaube, ich hätte schon runterkommen sollen. Ah. Das muss irgendwo in der Richtung sein. Okay. Was? Okay. Äh. Okay. Ich habe zehn, zehn, äh... Ja, zehn von meinen Gewachssachen. Gewachssachen? Gewächssachen? Wachsenden Sachen verkauft. Dafür habe ich einen Erfolg bekommen. Und wir haben jetzt 7000. Äh. Dollarlein. Das ist schön. So. Wo ist denn diese Höhle? Oder stand da? Stand da Hütte? Strandhöhle. Ne, ne. Also es gibt schon eine... Hä? Ah. Danger Bridge Out. Holz 4. Seidenseil 1. Seidenseil... Habe ich noch nicht. Holz hätte ich. Ach, da ist das. Das ist unter Wasser. Wollen wir mich veräppeln? Wie soll ich da hin? Das geht doch gar nicht. Hello Mr. Krabs. So, was haben wir denn noch hier? Können wir da schütteln? Ne, irgendwie nicht. Also nicht, dass ich es wüsste. Na, ich kann den Baum weggloppen. Oh. Okay. Okay. Äh. Meine Fähigkeiten mit der Axt sind auf Level 2 aufgestiegen. Und deswegen habe ich jetzt hier was bekommen. Was kriegen wir denn da schönes? Bomben? Cash? Chefs Delights. Das ist gut. Neue Frisur. Bis du schläfst. Ich habe ein... Hahaha. Okay. Warum wähle ich so einen Blödsinn aus? Ich habe jetzt einfach eine neue Frisur bis morgen früh. Aber sie ist ja träglich. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wie ich... Vielleicht da oben hoch zur Torbrücke. Den müsste ich hier lang, da hoch irgendwie. Und dann, dann, ja. Dann wird da was raus. Ich hoffe, dass wir da hinkommen. Über den Weg. So. Also hier und dann links. Die Frage. Hier schon links? Ich glaube ja. Ja, nach oben nicht. Die Laufgeräusche, ne? Blab, 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 blab. Da merke ich ja jetzt erst. Hm, lecker Passionsfrucht. Hm, Brombeeren. Herrlich, herrlich, herrlich. So, wo ist denn jetzt? Rote Johannesbeere. Ähm, wo ist denn dieser Weg? Ah, hier muss eine Brücke sein. Okay. Geschicklichkeitsstufe 1. Hat Cheap Cheap herein. Ey, Cheap Cheap sammelt auch irgendwas. Das ist ja richtig gut. Ho, ho, ho. Äh, hast du da gerade einen Baum gefällt? Alter Schwede. Was ist denn mit dem Vogel los? Was ist denn mit dem Vogel los? Helfen wir sie mit? Komm. Gemeinsam sind wir stark, Cheap Cheap. Also mit dem Vogel würde ich mich nicht anlegen. Oder mit dem Huhn. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Es wird doch langsam spät. Aber ich würde doch ganz gerne... Was haben wir hier? Büffelbären. Okay. Wo kommen wir denn jetzt raus? Weiß ich gar nicht. Irgendwo. Kleine. Viel Holz. Und hier ist Ende. Aber irgendetwas muss ja hier sein. Da ist auch Ende. Was ist denn das für ein Gebiet hier? Was soll denn das? Was soll denn das? Wildnis. Ah. Kiefern versteckt. Zu verkaufen. Okay. Mann, wo ist denn... Was ist denn da hinter dem? Baumhaus zu verkaufen. Windmühle des Zauberers. Ja. Pass mal auf, das ist bei mir irgendwo. Das wäre der Hammer. Ja, okay. Ähm. Ah. Alte Mine. Das ist die alte Mine. So, wie geht eigentlich Schnellreisepunkte? Also das... Ich habe sie ja freigeschaltet, aber... Ich weiß nicht, wie ich schnell reisen kann. Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause und dann gehen wir morgen früh dahin. Jetzt muss ich nur noch den Weg nach Hause finden. Das muss ja irgendwo hier sein. Ja, da, genau. Da, wo es glitzert. Ne, dann machen wir das so. Dann gehen wir nach Hause und dann gehen wir in die alte Mine und versuchen Stufe 10 zu erreichen. Okay, ich bin ja echt gespannt. Habe ich eigentlich ein Schwert oder sowas? Ne, habe ich gar nicht, ne? Okay. Aber ich habe Cheep Cheep. Und Cheep Cheep schafft jeden. Cheep Cheep macht sie alle fertig. Ist so. Wo muss ich eigentlich lang? Da lang. Okay. Ja, Schnellreisepunkt. Hm. Falls ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Aber ich habe da ehrlich gesagt keinen Plan, ne? Aber der kommt schon noch. Der Plan kommt schon noch. Ja, gut. Dann gehen wir mal ins Bettchen. Und dann gehen wir morgen früh los. Ja, 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 ja. Wo ich schon mal hier bin, ähm... Na gut, das würde ich alles mitnehmen. Was ist das denn? Füllhornfragment? Oh, das kann man ganz gut essen. Puternuss. Eine, eine Puternuss. Ja, Hundefutter brauche ich morgen früh. Das brauche ich bestimmt nicht. Büffelbär. Boah, ne. Cluster. Äh, Rätsel... Äh, ein Steins. Okay, das könnten wir vielleicht nochmal... Rohrflorid. Das kann auch in den Tummler. Ja, aber ich kann immer nur eins reinpacken. Hm, ich muss ein bisschen... Die Bürste brauche ich. Äh, Kükendünger brauche ich garantiert nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Rucola. Hm. Sehr lecker. Verwurzelte Samen. Hilfe. Ich kriege mein Inventar voll. Aber wo kann... Ne, ne, nein, nein. Nein. Das kriege ich definitiv nicht voll. Äh, alles. Mach doch mal alles drauf da. So. Äh, warum macht er da mal 11 von? Ach, jetzt ist es besser. So. So... Ja, so können wir es erstmal lassen. Rob. Rob können wir es... Oh, ich habe mich erschrocken. Ah. Ja, ich mache besser Schluss für heute. Hat er recht. Aber nicht mit der Folge. Nur mit... Mit dem Tag. Den beenden wir. Sleep and safe. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe von jemandem seinen, 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 seinen Lieblingsgeschenk gefunden. Okay. Wem habe ich denn etwas geschenkt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ey, ich muss wirklich... Ich muss die... Also ich muss echt sagen, ich muss die Spiele konsequent ineinander wegspielen. Ich kann nicht zwei, drei Tage nichts machen. Das geht nicht. Ich habe einfach... Ich habe zu viele Spiele am Laufenden. Kumpel. Du weißt, dass Harold sich mit Hundefutter eingedeckt hat. Du solltest im Gemischwarenladen vorbeischauen und etwas für Munger besorgen. Gib ihm ein Leckerli von mir, ja? Ja, ich weiß gar nicht, wie du bist. Bleib weg von diesen alten Bienen. Ich will dich nicht noch einmal retten müssen. Doch, genau da gehen wir jetzt hin. So, jetzt ist mir der süße kleine Munger. Ähm... Was ist das denn? Du hast einen tollen Geschmack. Und da gibt es gleich eine Geschmacksexplosion. Er hat aber noch Hundefutter drin. Schmeckt dir mein Essen nicht? Maria, ihm schmeckt es nicht. So, ähm... Das da rein. Denn ein kleines Würmchen. Für unser süßes kleines Würmchen. Ja. Und Bürsten. Aber das kann ich bei beiden machen, ne? Ja. Feiny. Und das machen wir mit Munger auch. Äh... Am Hintern. Sehr schön. Und jetzt gehen wir mal direkt in die... Ne, gehen wir direkt in die alte Mine. Oh, das ist erntefertig. Geerntete kleine Schalotten. Also ich könnte sie jetzt behalten zum Kochen, aber ich werde sie erstmal verkaufen. Ich muss einfach Geld verdienen. Hab zwar 7000. Aber ich denke mal, das wird nicht viel sein. Wenn ich es schaffe, so viel Geld in so kurzer Zeit zu verdienen, dann kann das nicht so viel sein. Jawohl! Ein Kartenpack. Ähm... Funkelter Edelstein. Ein bisschen Obstbaumsprössling. Den nehme ich erstmal. Den pflanzen wir später mal ein. Und wir öffnen gleich mal das... Das Kartenpack. Muschelrobolus empfangen. Trostpreis empfangen. Feier... Oh, ich muss wieder... Das... Ja. Habe ich schon mal gesagt. Ne, ich muss mich dann mal später drum kümmern. Okay. Jetzt muss ich aber erstmal... Hey! Hey, bleib mal hier. Erstmal gießen. Oh, alle. Äh, wo war denn eigentlich nochmal der Brunnen? Ich glaube, hier hatte dann aber festgestellt... Hm, ich hätte auch einfach ins Wasser laufen können. Das Geräusch ist so super, ey. Jawohl! Nachgefüllte Giscanne. Und dann machen wir den Rest mal fertig. Und dann geht's in die Mine. Dann geht's auf jeden Fall... In die Mine. Ich brauche mehr von den Sprinklern, definitiv. Achso, warte mal. Hatte ich nicht... Ähm... Ich weiß nicht mehr, wie die... Wie ging nochmal die Spezialattacke? Ah, ja, genau. Ja, okay. Und das muss wieder erst aufladen, ne? Ah, nee, das lädt hier auf. Das geht hier hoch. Ich dachte aber, das Gelbe wäre es hier. Aber das ist es gar nicht. Sieht gut aus. Ab zur Mine. Ich hab zwar kein Schwert, aber... Hab ich wirklich kein Schwert? Ne. Dann... Macht da irgendwas Schaden? Ne. Ich bin gespannt. Vielleicht will der... Der Thomas dann auch, dass ich da nicht hingehe, weil ich kein Schwert hab. So, wo war denn nochmal diese blöde Mine? Da. Alte Mine. Also einfach gerade durch. Äh, Cheep Cheep. Ah, Cheep Cheep muss ich wahrscheinlich erstmal holen. Ich nehm Cheep Cheep mit. Cheep Cheep kämpft bestimmt mit. So, Cheep Cheep, komm. Folgt jetzt. Sehr gut. Oh, ne, mein Cheep Cheep. Geh ich nirgendwo hin. So, kommen wir da? Ja, da kommen wir durch. Und dann müsste es eigentlich klappen, wenn ich ja immer nur gerade durchlaufe. Ich hoffe, dass hier nicht gleich Ende ist. Und ich da oben hätte laufen müssen. Das wäre ja nicht so gut. Aber okay. Und Kätzchen. Hallo Kätzchen. Ich würde dich gern streicheln, aber es geht nicht gut. Ich könnte da hoch. Ja, ich denke schon, dass ich da oben hoch muss. Weintrauben. Ich krieg hier für jeden Quatsch. Ernte deine erste Frucht. Ach ja, hier ist das. Ja klar. Old Mines. Nach allem, was passiert ist, willst du immer noch unbedingt zurück in die Mine, was? Ach ja, da bin ich ja hergekommen. Da war ich ja eingefroren. Ich weiß, dass du dich an nichts aus deinem früheren Leben erinnern kannst, aber ihr solltet wissen, dass die Mine mehr als gefährlich ist. Ich bin bereit. Klingt ernst. Die Gefahr? Ach, ein bisschen Gefahr macht es nur spannender. Über die Gefahr lachen, was? Pass auf, dass die Gefahr nicht den letzten Lacher bekommt. Bleibt vorsichtig. Zerschlagt Steine, bis ihr die Leiter zur nächsten Ebene der Mine findet. Du kannst tiefer gehen, bis du den Grund erreichst. Halte auch nach den Bonusräumen Ausschau. Sie sind mit Schätzen gefüllt. Oh, das ist gut. Diese Fackel kann als Waffe benutzt werden. Ihr Spezialangriff verursacht Verbrennung. Drücke einfach hier, das weiß ich, sobald die Anzeige unter dem Werkzeug voll aufgeladen ist. Also doch unter dem Werkzeug. Um deine Wut zu entfesseln. Wenn ihr ein Skelett seht, solltet ihr ihm einen kräftigen Schlag auf den Kopf verpassen. Achtet darauf, dass du direkt auf den Feind klickst, nicht nur in seine Richtung. Du wirst den Dreh schnell raushaben. Danke für den Tipp, Rufus. Ich werde die Fackel gut gebrauchen. Das ist die richtige Einstellung. Denkt dran, manchmal sind die einfachsten Werkzeuge die effektivsten. Hier sind ein paar Kristalle für den Warp nach Hause und zurück aus der Mine. Ach, jetzt kriege ich... Ach, mit Kristallen geht das. Ihr könnt sie nur einmal verwenden. Also setzt die Weise ein. Warpkristalle? Das klingt wie ein Lebensretter. Das klingt... Was? Das klingt... Noch... Das klingt wie ein Lebensretter. Das klingt nach Lebensretter. Danke, okay. Das ist ja unglaublich. Ja, es gibt sie. Sie sind nicht alltäglich. Aber sie können nicht im Handumdrehen aus der Patsche helfen. Sie können dir im Handumdrehen. Naja, egal. Bleibt sicher. Denn wenn ihr ausgenockt werdet... Du wirst bestrafen, verlierst Gegenstände und... Oh, oh. Okay, dann müssen wir wirklich aufpassen. Oh, und nur damit du es weißt. Die Zeit vergeht in der Mine etwas langsamer. Muss voll an der Magie liegen oder so. Viel Glück. Ja, wenn du noch mehr quatschst, dann vergeht die Zeit ja trotzdem genauso schnell. Oha. Oh nein, bitte nicht. Discover the old mines. Ich habe eine Erfolgfrage. Aha. Hier unten heilt das sogar. So, dann würde ich mal sagen... Die Fackel... Hier neben. Ja. Und da kommen schon zwei gefährliche Blobs. Brennt! Äh. Ja. Cheap, cheap. Mach sie fertig. Das ist richtig gut. Ich liebe cheap, cheap. Ich... Cheap, cheap ist... Toll. Okay. Schleimbatterie. Armer Kompost. Schleim. Oh Mann, ey. Juhu. Oh. Das hat... Oh, jetzt haben sie mich auch getroffen irgendwie, ne? Oh, du armer Schleim. So, weiter geht. Kann ich den Pilz hier irgendwie? Warte mal. Oha. Hä? Okay, das ist... Warte mal. Ich dachte, ich kann das ja... Ob ich daran ziehen kann irgendwie? Hm. Irgendwie nicht. Aber wozu kann man da so springen? Okay. Man kann es einfach. Nimm dieses Schleim. Ah, Hilfe. Piep, piep. Piep, wo bist du? Oh nein, piep, piep ist da runtergefallen. Oh nein, piep, piep. Und der Schleim ist auch runtergefallen. Näääää. Der wird sich da schon mit piep, piep beschäftigen. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Macht Level 1. Okay. Ach so. Piep, piep hat doch was. Ah, hier komme ich runter. Okay. Nächste Stufe. Hier war irgendwie noch nichts... Ah, jetzt geht es los mit wegkloppen. Ähm. Ja. Violetter Florid. Oh, die kann ich rausziehen. Wammiges Material. Okay. Das denke ich mir auch jeden Tag, wenn ich mich im Spiegel anschaue. Wammiges Material. So, äh, das nehmen wir mit. Oh, die Cluster hier, die wollte ich... Blau-Pause freistellt, der Tumbler. Hä? Oh, was ist denn jetzt? Was ist denn hier los? Oh nein, ist das... Ist das verrückt. Also hier wird mir ja richtig... Richtig beschäftigt. Wahnsinn. Nimm dies. Rocktender. Au. Der schießt. Das ist voll gemein. Also ich habe hier bis jetzt Pilze gefunden. Und, ähm... Pilze. Und vielleicht ein paar Steine. Und ich sollte eigentlich bestuft... Oh, ein Skelett. Ich soll ihn direkt auf den Kopf hauen. Der hat eine Kerze auf dem Kopf. Oh, das hat er in der Blume? Magic Skeleton. Oh, der heilt sich. Die Sau heilt sich. Yes. Was habe ich bekommen? Stein. Ich habe... Ich habe Stein bekommen. Wie soll ich denn hier bis Stufe 10 kommen? Meine Energie ist... Na gut, ich könnte was essen, aber... Eisenerz. Endlich. Hä? Das ist ja wie bei Super Mario hier. Nein, was ist denn jetzt los? Okay. Die Musik dreht hoch. Düp, 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 düp. So, sonst ist hier nichts. Ja, das war jetzt aber ziemlich Trostpreis, oder? Ähm... Geheimnisvolles Gemüse. Neue Frisur, bis du schläfst. Nein, nimm mal das hier. Da kann ich mehr mit anfangen. Nochmal. Schatztruhe. Ja. Ja. Definitiv. Hm. Roher Rubin. Dann müssen wir ein Tafol, ja. Aber das wurde ins Lager geschickt, wenn ich das richtig gelesen habe. Oh Mann, das... Ich muss sagen, die haben sich hier etwas einfallen lassen. Das ist nicht einfach schnöde durch ne... Durch ne Dings laufen. Kann ich das wegmachen? Ne. Go down. Ah, okay. Oh. Oho. Magnetische Bombe. Also, es passiert hier was. Äh, dieser Steinschlag von oben. Gut. Kann sein, dass mich das irgendwann richtig nervt. Weil es dann viel zu oft passiert. Und man will hier einfach nur durch. Yes. Ah, ich versuche jetzt... Weißt du was? Ich versuche jetzt einfach mal... Äh, weiter runter zu kommen. Weil das ist ja eigentlich meine Quest jetzt... Äh, Stufe 10 zu erreichen. Winzige Bombe. Sehr schön. Die hier zu zünden, macht vielleicht auch Sinn. Oha, Rauch... Rauchquartz. Okay. Ja, jetzt muss ich natürlich den Abstieg finden. Und ich habe jetzt gleich drauf geguckt, ob der vielleicht auch unter den Pilzen sein kann. Ah, sehr schön. Gleich runter. Oh. Wo ist das? Äh. Okay. Achso, die Energie. Ähm, ja. Warte mal. Ich hätte doch sowas tolles hier. Das hier. Ähm. Ach, maximale HP war das. Äh, man. Energie, okay. Dann, äh, iss das mal. Äh, plus 25 Energie soll das eigentlich bringen. Steht das da nicht? Plus, ja. Kuh zum Fressen. Esbar. Da steht er hier auch. Hm, das ist komisch. Verbrauchen tue ich die Dinger, ja. Aber, äh, wie lädt es nicht den... Ah. Nimm dies. Ah. Gefährlicher Ohr. Wo ist der hin? Okay. Cheep, cheap macht das schon. Cheep, cheap. Wo hast du den Ogre gelassen? Er weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Jawohl. Sehr gut. Hat zwar eine steine Gewalt, aber egal. Wo ist der Ogre hin? Ich hab Angst. Der kommt bestimmt gleich irgendwo hoch hier. Dat Ogre. Oh, oh. Weg. Und was haben wir davon? Nischt. Vielleicht ist er auch hochheben können. Na, man weiß es nicht. Cluster. Sehr schön. Oh. Das Blumenskelett. Das ist ja einfach so rumlaufen, ne. Na, haust ihr alle weg. Cheep, cheap. Mach sie fertig. Ja, moin. Und irgendwas freigeschaltet. Und ich kann gerade nicht gucken. Ah, sehr gut. Ham, den haben wir jetzt auch. Nee, doch nicht. Ja, ein bisschen wurde ich schon getroffen, ne. Aber das... Au, 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 au. Ja, okay. Die können ja auch werfen. Das ist natürlich dann doof. Dann bringt ihr das rumlaufen mit mir nix mehr. Oh, oh. Meine Energie ist alle. Ja, komm. Jawoll. Was machen wir? Das ist ein Water Slime. Komm, den kriegen wir noch. Okay, Kill-Zien-Enemies. Das habe ich geschafft. Ich würde sagen, wir müssen nach Hause. Sehr schade. Nee, komm. Lass mich lieber machen. Und wie komme ich hier... Achso, ich soll ja diesen Stein benutzen. Ähm... Den ich da wo habe... Das ist er, ne? Violette Fluorid? Nee. Das ist ja nicht schwammiges Material. Kompostierbar. Es hat eine fehlende Sprungkraft. Goldener Bolzen. Also schießen kann ich irgendwie auch. Schleimbatterie. Muss aufgeladen werden. Windkristall. Nutze die Kraft des Windes. Feuerkristall. Naja, nutze die Kraft des Feuers wahrscheinlich. Wo ist das Ding? Er hat mir doch euren Kristall gegeben zum Zurückkommen. Ja, die Kartenpacks will ich nicht öffnen jetzt. Okay... Große Schalotte. Ich finde das mit der Energie ein bisschen komisch, ne? Das steht ja, Energie plus 54. Aber es ist... Das müsste eigentlich komplett voll sein jetzt. Ja, für reiche Geschmack. Irgendwie nicht. Gut. Ähm... Ich finde das Ding nicht. Oder kann ich das irgendwie nutzen jetzt? Ich weiß es nicht. Ähm... Lebendiger... Hautton. Okay. Mach das. Habe ich mir am meisten von. Ne, komm, dann müssen wir... Aber nochmal. Oh! Totale Erholung. Das ist natürlich perfekt. Ne, dann geht's weiter. Dann, äh... Dann... Suchen wir doch jetzt mal hier den Abstieg. Das ist halt die Frage... Wo wird er sein, ne? Also kann der auch unter... Unter dem... Den Pilzen sein? Oder kann der nur unter Steinen sein? Wo ist eigentlich Cheep Cheep? Cheep Cheep kämpft auch gerade. Cheep Cheep kämpft irgendwo auch gerade. Hm. Ja, das wurde ins Lager geschickt. Also tatsächlich. Das ist richtig gut. Hier. Voll ins Lager geschickt. Was heißt, du verlierst nichts? Oder es bleibt hier liegen? Oder... Ja, es wird einfach ins Lager. Das ist super. Das ist so schön. Ich liebe dir, Spiel. Du bist... So toll. Ne, sowas finde ich halt echt prima. Das ist so für Leute, die... Planlos irgendwo hingehen. Einfach perfekt. So wie ich. Na, warte mal. Ne, ich denke mal. Okay. Ich denke mal, dass das irgendwie unter einem Stein ist. Hey! Okay, Cheep Cheep ist irgendwie out of order. Ich hoffe, dass Cheep Cheep dann noch mitkommt. Oder hat Cheep Cheep irgendwie... Nö. Eigentlich ist bei Cheep Cheep doch alles... Alles cool. Hm. Aber Steine gibt's ja gar nicht so richtig, ne? Habt ihr schon mal einen Stein gesehen? Ich hab noch keinen einzigen gesehen. Ja, das ist schon ein bisschen dubios. Dubios ist das. Bös, ominös. Ähm, ja. Ja, und hier bin ich ja reingekommen. Wahrscheinlich. Oh, schönen Münzen. Hm. Oder ob das noch irgendwie so ein Zusatzlevel hier ist? Weil das ja auch die Farbe hat. Äh, oh, ich mein's Level 3. Naja, gut. Ne, steht eigentlich Stufe 3. Story Quest anzeigen. Ne, brauch ich nicht. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Aber auch unter den Pilzen... ...so eine Stufe sein kann. Also entweder will diese... ...und diese Stufe mich wirklich herausfordern. Oder? Ich bin hier doch in so einem Zusatzlevel. Ich weiß es nicht. Und Schieb, Schieb machen wir grad so ein bisschen Sorgen. Also Pilze hab ich jetzt genug, glaub ich. Das könnt ihr jetzt jeden Tag Pilzsuppe bei mir geben. Hm, lecker. Hallo? Weg damit. Nee, irgendwas ist hier. Dann ist das irgendwie so ein... Also das kann ich nicht wegmachen. Ach doch. Ja, ja doch. Hm, ich äumel. Na klar. Oh. Oh, hier ist Silberärzt drin. In diesem... ...Gleiming... Oh, Mann, ey. Käpt'n, 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 Käpt'n. Ich liebe es, wenn das passiert. Bergbau, Level 3 aufgestiegen. Sehr gut. Hallo? Ich will mal einen Stein mitnehmen. So, wo bin ich? Level 4. Ob ich das noch schaffe? Ist jetzt natürlich auch nicht mehr ganz so... ...ganz so früh am Tage. Ohne Spider. Itzi, bützi, Spider. Muss jetzt brennen, leider. Krass, wie weit ich noch auf Fernseh'n kann. Fadenpilz. Fadenpilz. Was auch immer ich damit mache. Aber ich hab'n Fadenpilz. Schieb, schieb. Reif an. Wo bist du? Eben war Schieb, schieb doch hier, oder? Ich hab' keine Energie. Ich bin noch voll mit Energie. Also irgendwas ist mit der Anzeige. Oder? Weiß ich nicht. Schreibt mal... Also die, die spielen, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr so Probleme auch kennt. Oder verstehe ich hier immer grad nicht. Aber Energie ist ja voll. Und er sagt, ich hab' keine Energie mehr. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, jetzt schieb, schieb wieder da. Aha. Oh, stand da... Ah, jede Stufe ist schwieriger als die letzte. Okay. Oh, perfekt. Weiter runter, komm. Ist egal. Also ich hab' jetzt wahrscheinlich viel... ...nicht mitbekommen, aber das ist egal. Ich versuch' jetzt... Ja, und jetzt sind wir wieder out of order. Vielleicht stimmt die Anzeige auch einfach nicht, ne? Wenn ich jetzt was esse, was, äh, die Energie hoch bleibt, so wie das hier. Vielleicht zeigt das einfach nur nicht an. Das werd' ich ja gleich sehen, wenn ich jetzt haue, ob er irgendwann noch sagt, oh, ich bin erschöpft. Oh, Hilfe. Ja, Hilfe. Nicht erschlagen. Also das scheint... Das scheint einfach nicht richtig angezeigt. Vielleicht ist es jetzt auch in dem Spielstand so. Oder jetzt gerade, ähm, in dem Moment so. Ne, komm. Ich will einfach nur... Einfach nur wider. Sehr gut. Hoffentlich kann ich gleich runter. Ja, cheap, cheap macht das schon. Didididim. Dauernd irgendwelche Geräusche. Dididididim. Oh, ich nehm' nämlich Schaden. nehm ich Schaden, weil Ding Schaden nimmt warum nehm ich denn jetzt Schaden hallo, hallo nein ich nehm Schaden und was ist jetzt mit Dings passiert wo ist Cheap Cheap, was hast du mit Cheap Cheap gemacht ich hätte mal Cheap Cheap nicht alleine lassen sollen äh, meine Anzeige ist auch auf der Seite jetzt total crazy hier so, ich will mit dir nichts zu tun haben ich will einfach nur weiter ui bad eye ah, ich wurde eingefroren in der Zeit, keine Ahnung, du wurdest versteinert ich wurde versteinert kannst du mich bitte rauslassen dankeschön kranker Typ ey was ist los mit dir, was stimmt nicht ja, was hast du jetzt davon ich will weg hier, ich will weg ja, ich kann bestätigen jede Stufe wird schwieriger als die nächste äh, als die vorige meine ich heftig heftig, 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 heftig ich will von dir gar nichts ich will von dir gar nichts ey, Koffer, in meinem Schieb Schieb geht's gut äh ne, es bringt nichts, wenn ich hier so weiterlaufe hab ihn halt fünf von denen alle hacken ich hoffe, die können nicht springen oh, kapern, lecker lecker kapern ey, wehe, du heilst jetzt das Skelett hier ja, die treffen mich auch also ich muss auch mal was essen mhm ok und zurück hoffentlich haben die sich jetzt nicht regeneriert ah, der eine ist eh tot und das andere ist weg ok belassen wir es dabei ah, Hilfe wahnsinn und das ist oh, das ist grad mal Stufe 6 das ist grad mal Stufe 6 weiter geht's mal gucken, ob er Stufe C ah, ich glaub nicht ein Mokka das ist ein das ist ein Mokka, ist das den lassen wir mal schön links liegen, den Mokka der zauberte Bombe ja, ich möchte die Bombe jetzt hier nicht benutzen unbedingt nee, das muss ich noch mitnehmen so oh wow, was ist da passiert ah, das ist so crazy so, komm zwei Level noch 10 und 50 es wird verdammt knapp es wird verdammt knapp die Zeit läuft jetzt mal langsam oh, zwei von denen oh, entschuldigung, ich wollte ihn nicht hauen ja, ich wollte eigentlich hier ich wollte eigentlich hier hin schnell weg und hoffen, dass es irgendwo hier erscheint ich find das jetzt auch ein bisschen übergriffig, dass ihr mich verfolgt okay weiter geht's das ist so verrückt ach jetzt, oh okay, Stufe 8 oh, ja doch, 8 okay, du hast keine Energie mehr da kann ich helfen da kann ich helfen okay weiter geht's ja, die Anzeige ist halt eben ein bisschen buggy aber gut immer wenn er sich die Stirn abtropft, hätte ich gesagt, dann müssen wir mal was essen und dann ist gut sehr ja, konnte gar nicht weitermachen Stufe 9 gleich haben wir Stufe 10 was ist das denn hier? okay ne muss man die irgendwie anders bearbeiten okay ich hoffe, das sind keine ich hoffe, es ist nicht das, was ich denke, dass es ist und weg mit der Spinne yes naja, man hat Schaden gemacht warte mal ach nee, runter hallo ah, sehr gut Level, Level, Level 9 bitte uh na, ich dachte, wenn du mich spürenkuck kommst ja, schnell jawoll yes ja, geschafft, oder wat? spiders ne, das muss ich jetzt nicht schaffen, oder? das nehmen wir mal mit äh ein bisschen Rezuchtnuss erzbaumtee also ich hab das jetzt eigentlich nein okay, ja gut alles klar, muss ich nicht machen jetzt ab nach Hause, aber ganz schnell ja, ich würde nach Hause ich würde gerne Level 1 und raus hier wie komm ich denn hier raus hier, ich bin hier raus aus dem Ding ach ja, hier ne, so ne doch da hoch genau oh mein Gott schnell nach Hause, ey es ist spät 12 vor 10 wann fällt man hier nicht um? ich weiß es nicht hallo Schleimis ich will hier raus da oh so, und jetzt muss ich hoffen, dass es cheap cheap gut geht, ne? wie komm ich denn nach Hause? ach, da irgendwie ich hab das jetzt auch gar nicht kapiert mit diesem Warpstein und wo ist er? blaugrüne Fluorid als würde man tief in den Ozean ja vergrößerungsglas um alle Serien des bearbeitenden Bodens aha oh, das müssen wir uns mal angucken bei Gelegenheit aber jetzt muss ich erstmal bei Gelegenheit ganz schnell ins Bett mhm ist schon sehr spät ist schon sehr, sehr spät mhm 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 machst du keinen Begriff ja schlafen und speichern wenn jetzt hat sich dann ist cheap cheap jetzt weg aber gut dann dann brauch ich halt einen neuen cheap cheap ich kann es kaum erwarten die alten Minen zu erforschen ja ich weiß jetzt kann ich es kaum erwarten erstmal nach cheap cheap zu gucken oh man hoffentlich liebt cheap cheap noch cheap cheap bist du noch da? da ist cheap cheap ah was hab ich dir gegeben? ich hab cheap cheap und der Futter gegeben ich geb dir das nochmal dann darf ich dich mal bürsten oh man das mach ich nie wieder ich lass dich nie wieder alleine da unten niemals wieder ja das war ein ganz schöner Schrecken cheap cheap lebt das ist schön cheap cheap braucht jetzt bestimmt erstmal ein bisschen Ruhe und der Monga wird gleich füttern hier das sieht bald Erntereif aus müssen wir gießen und dann müssen wir irgendwie die Spinde besiegen aber das muss nicht nächste Folge sein aber mal sehen was wir nächste Folge machen lasst euch überraschen ich lass mich nämlich auch überraschen und ich lass mich auch überraschen ob ihr wieder reinschaut würde ich mich sehr drüber freuen und ich verbleibe mit allem ciao ciao und ich lass mich auch überraschen 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 und ich lass mich auch überraschen